Leute, es wird wieder wild. Wir packen erstmal Fertig-Fürsiche, was heißt hier Fertig-Fürsiche? Fürsiche aus der Dose in ein Waffeleisen, ja? Einfach so. Bisschen die Flüssigkeit abgießen, muss aber auch nicht sein, wie ihr seht. Einfach rein damit. Und, passt auf, es ist so einfach. Unseren Kuchen-Fertigmix einfach mit auf das Waffeleisen geben. Wirklich ganz, ganz einfaches Dessert für die ganze Familie. Jeder wird Spaß dran haben. Klar, bei jeder Kuchen-Mixtur werden natürlich auch Eier gebraucht. Die kippt ihr einfach auch mit ins Waffeleisen. Es ist wirklich ganz easy. Ihr seht, es kann auch mal was daneben gehen. Es kann auch alles daneben gehen. Scheißegal. Vollkommen entspannt. Wir brauchen die Eier auch gar nicht wirklich. Ja, Milch. Wir brauchen natürlich auch noch Milch für unseren Kuchen. Milch mit ins Waffeleisen. Einfach. Es ist wirklich so einfach. Und, was natürlich bei jedem, äh, bei keinem Rezept fehlen darf, ist Butter. So. Wie viel Butter nehmen wir hier? Alles. Ich hoffe, also, ich gehe davon aus, wir nehmen viel Butter. So. Also, wie gesagt, ihr braucht nur ein Waffeleisen zum Kochen. Kein Topf, kein Herd, kein gar nichts. So. So, so eine halbe, äh, Butterpackung einfach rein in die Masse. Und was ist das jetzt? Ich weiß nicht, was hier passiert. Wir nehmen jetzt noch so einen Biskuitteig, den wir da rauflegen. Den Sinn. Ach, ich frage, was für einen Sinn, Digga. Was rede ich hier von nur einem Sinn? Ihr macht die scheiß Packung auch von diesem Biskuitbrötchenteig. Ne, ihr seht schon, die sind schon so fertig gestückelt. Jetzt klopft ihr da mal ein, zwei Stücke rauf. Ja. Auch nicht zerdrücken. Kein, gar nichts. Einfach rauf da. Ah, okay. Sorry, Leute. Wir zerdrücken die ein bisschen. Aber auch nur ein bisschen. Ihr seht auch, die Eier, die daneben gegangen sind, die kochen sich quasi von selber durch die, äh, ne, Physik und so. Ja, sie, sie massiert gern diese Biskuitbrötchen, Teigstückchen, bevor sie hier dieses Waffeleisen zuklappen wird. Und prinzipiell haben wir jetzt alle Rezept, äh, Utensilien, ähm, zusammen gemischt. Ich denke, wir sind bereit, das Waffeleisen zu schließen und dem, äh, das Ganze sich selbst zu überlassen. Aber das ist wirklich ein schönes, entspanntes und auch vor allen Dingen einfaches amerikanisches Dessert. Kann ich jedem nur mal ans Herz legen. Ja, ihr müsst da natürlich schon mit ein bisschen Kraft arbeiten, weil das Waffeleisen ist natürlich auch wirklich sehr gut gefüllt in diesem Punkt. Ähm, nichtsdestotrotz hindert es uns nichts daran, dieses Gericht fertig zu machen. Ja, ihr seht, die Frau gibt hier alles. Die gibt hier wirklich volle Power. Ja, klar, natürlich erstmal die Hitze hochstellen. Wir wollen ja, dass auch was passiert, ne? Wir wollen ja hier das Eisen nicht Ewigkeiten zuhalten müssen. Ihr seht schon, naja, das backt quasi schon richtig schön vor sich hin. Ihr seht auch, wie das Ganze hier auseinanderläuft. Also, man kann auch mal kleckern, ja? Man muss auch mal sagen, kochen muss nicht immer sauber sein. Da kann auch mal was daneben gehen, ne? Ja, mich wundert es ehrlich gesagt, dass hier kein Taco Seasoning verwendet wird und auch kein Käse. Aber, ja, was soll ich sagen? Okay, Leute, wir müssen wirklich hier Power anwenden, viel Kraft, damit unsere ganzen Ingredients hier auch wirklich zu einer Waffel verschmelzen. Aber ihr werdet gleich sehen, das Gericht wird auf jeden Fall bestimmt der absolute Hammer sein. Ja, sie wollte uns nicht zeigen, wie es aussieht. Sie hat selber mal geschmult. Ja, wir sind gleich, wir sind gleich soweit. Wir servieren gleich. Okay. Wow. Ist das nicht, ist das nicht wirklich astreine Waffe? Also, also wenn ich das, ja, ja, natürlich, so ein bisschen Schlagsahne ist wichtig. Also, ich kann es nur empfehlen, wenn ihr mal eine Party habt, ladet Freunde ein, macht einfach mal euer Waffeleisen komplett zunichte. Ihr könnt danach auch alles wegwerfen. Ihr könnt auch aus dem Waffeleisen essen. Es ist einfach super entspannt. Kein Abwasch, kein gar nichts. Kein Geschmack. Kein Abwasch.